Dieses Standding da gehabt. Ja, das Stativ habe ich schon da gehabt. Also, du bist dir wirklich hundertprozentig sicher, dass du das durchfälligst? Ich bin mir zu 100% sicher, ja. Okay. Oh Gott! Sie drücken durch. Es hat jetzt Stimme. Oh Gott! Warte, ich bring dir noch ein Handtuch. Ich bring dir noch ein Handtuch. Ich bring dir noch ein Handtuch, weil sonst fällst du die zwei Kinder. Was kriegen wir jetzt für Essen? Jetzt drück er durch. Welche sind denn deine Handtücher? Kann ich nicht mehr? Es ist für 100% klar. Genau. Jetzt müssen wir die Hand losen. Oh Gott! Du bist du! Wenn du mir Haut wegschneidest, dann schrei ich halt einfach. Ja, genau. Oh, cool. Einfach. Wird ja gut. Was ist denn jetzt? Bei den langen Haaren ist dann schrei ich immer voll, weißt du? Ja. Mann, 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 Mann. Nee, 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 nee. Du hast so hübsch ausgeschaut. Ich bin doch immer noch hübsch, der kann das erzählen. Ich muss ja jetzt aufpassen, dass ich nicht in den Topf reich schneide. Ja. Deswegen schneide ich jetzt lieber erstmal ein bisschen weniger weg. Ja, mach du. Ja, mach du. Ja, dann lieb ich dir. Tut's weh? Nee. Weil sonst würde ich vielleicht erst mit einer höheren Stufe anfangen, weißt du? Ach so, nee, nee. Alles gut. Und, macht's Spaß? Ja. Nachher dann. Ich lass den nachher jetzt. Ah ja, okay. Hier geht's gut zu euch. Ja, mir geht's super. Ich lasse das nochmal nachher. Dass man nochmal nachschnellen lässt. Ein paar, dass das nicht erwischt. Also, ich hätte zumindest gewartet, bis die Ferrippe da ist. Ah nee. Um mich zu überzeugen. Wirklich. Ja. Hätte ich gemacht. Und ich denk mir, Jodes wachst ja wieder nach. Ja, und nachwachsen tut's. Ja, genau. Aber das ist immer die Sache. Zum Beispiel meine Frau hat auch gemeint, dass sich die Haare kürzer schneidet. Beziehungsweise meine Tante hat irgendwann kurz geschmissen. Mhm. Und dann hat sie erstmal die nächsten Monate gehäult. Ach. Deswegen fragst du's, weißt du? Ja. Aber jetzt... Ich muss ja aushalten. Jetzt ist nicht so zu spät. Wer muss es aushalten? Ich. Hä, gar nicht. Oh ja, okay. Stimmt. Und dich darf ich ja überhaupt nicht. Ja. Siehst du, so selbstwichtig bist du. Okay. Ja. Ja. Das fühlt sich interessant an. Mhm. Glaube ich dir. So geht's mir immer, wenn ich mir die Haare schneide. Haha. Deswegen schneide ich mir die manchmal auch im Winterwissen hinunter. Dann habe ich so ein interessantes Gefühl drauf. Das ist geil. Du kannst ruhig den ganzen Abend so weiterschneiden. Du kannst ruhig den ganzen Abend so weiterschneiden. Wenn ich meinen Kopf irgendwie in irgendeiner Richtung drehen soll, sagst du's einfach. Ja, das passt schon so. Jetzt schneide ich ein bisschen nach, weißt? Ja. Und versuch. Ja. 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 Das muss jetzt natürlich weiter auch dann zeitig passen. Und so vielleicht? Okay. Mach das ja anständig, Tobi. Oder wie immer du heißt. Sie wollten schon die ganze Zeit selber machen, ja. Also ich tue mal möglichst, das sagen wir mal so. Ja, das letzte Mal... Muss ich dir ein bisschen wegschauen. Ja, das, was mit der Schere war, das war nicht ideal. Das letzte Mal hat es ja auch nicht schlecht ausgeschaut mit der Schere. Ja, obwohl es so bescheiden war, gell? Ja, genau. Aber von vorne sah es gut aus. Fast das Wichtigste, wenn ich in den Spiegel geschaut habe, sah es geil aus. So, da haben wir jetzt drei Längen. Und da haben wir auch drei. Genau, gut. Also da sind die Haare noch nicht in den Zopf reingekommen, die sind ein bisschen kürzer. Mhm. Wie schaust du mir denn erstmal im Spiegel an? Unten ist halt ein bisschen so... Was? Auf den anderen? Ja, das... Ich denke mal hier schnell. Das sind die bisschen länger noch. Das sind die bisschen länger noch, das muss der auch abschneiden. Ja, sie willst ja bis dahin haben. Das an der Seite, ehrlich glaube ich, das an der Seite kannst du eigentlich auch wegschneiden. Ja, unterhalb. Unterhalb hätte ich. Aber ich weiß nicht, ob du es... Ja doch, doch, das an der Seite kannst du nicht. Ja, das müsst weg. Weil ich hab ja... Weil ich hab ja das, was ich eigentlich drin haben wollte, hab ich nämlich da in der Klammer drin. Soll ich den bis zum Orde schneiden, oder? Ja. Wie auch bis dahin hoch. Ja, das... Ja, das ist doch gut. Mach bis dahin hoch. Also der ist komplett nochmal weg. Ja, genau. Okay. Gut. Ja? Du sagst es. Gell? Ja, jetzt kann man glaube ich anders. Oh Gott. Oh, ich weiß schon, das sieht dann auch nicht so. Ja. Wie schon. Geil. Ich weiß schon, das kann hier ein Raus sein. Ja, genau. Aber nicht, dass du nach... Geil drum machst. Nee, nee, nee. Ich hab heute eigentlich schon nach einer Mütze gezucht. Aber ich hab keine gefunden. Sonst kriegst du meine, schreckliche. Oh, und deine hässliche. Ja. Genau. Sie ist echt dauernd hoch. Also für Frauen. Ja. Ist auch für Männer. Das sieht typisch garmisch aus. Ja. Das ist halt jetzt... Ich weiß nicht, vielleicht würde ich die da noch... Vielleicht würde ich die Schere nochmal schneiden. Weil das sind so wenige. Nicht, dass ich die dann in den oberen Ansatz mit abschneide. Okay, ja. Abschneide. Und da hast du dann wieder mit der Frau aus. Das ist dann... Da sieht man nämlich nicht mehr weiß, wo du es hochgenommen hast. Mhm. An welcher Stelle. Ich bin extrem vor, dass ich auch... Ah, nein. Die Sprünfähige. Hehehe. Hehehe. Das ist richtig. Das ist richtig. Hint ihr mal, das ist... Ach, du hast da so eine Spange drin. Okay. Und hier nicht. Doch, ich hab da auf beiden Seiten eine Spange, ja. Ja. Ja, aber du hast jetzt hier anders eingesetzt. Okay, ja. Dann muss man vielleicht nochmal... Oder was? Schaust du vielleicht erst mal an. Ja. Dann hast du die Spange anders eingesetzt. Aha. Und... Ich glaube, da gehen jetzt mehr Haare runter, weißt du? Ja. Schon mehr Haare runter als wie hier drüben. Gut. Jetzt schaust du ihn mal vielleicht erst mal an. Oh Gott. Oh Gott, so schön. Es sieht sich aber geil aus. Ich glaube, das sieht total beschützen aus. Schaut gut aus. Zeig. Ja, ja, stimmt. Das ist von oben, gell? Ja. Ja, klar. Okay. Ha 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 ha. Jetzt ist so gut geil aus. Ha 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 ha. Nein. Jetzt sieht's geil aus. Irgendwie finde ich das echt geil. Sieht mir schlecht aus.